Moin Moin und willkommen zurück bei Minecraft Pocket Edition auf dem Cloud Server und ich habe gerade gesehen der Swiss Games ist auf dem Server drauf. Da will ich doch einfach mal schnell hingucken und gucken ob ich ihn finde. Ich spiele mit dem Playstation 4 Controller nebenbei ist der Playstation 4 an. Ich habe vergessen den Playstation Controller abzukoppeln, so dass ich jetzt gerade wenn ich hier auf dem Handy mich bewege, gleichzeitig auf der Playstation sich alles bewegt. Ich muss gerade kurz mal gucken, dass ich sie ausschalte. Komm, die aus. So, schaltet sich in Ruhe-Modus. Na okay, hat auch was. So, Entschuldigung, dass mich mal bepeilt. Noch nie passiert. Ja, was willst du? Ich kann leider nicht antworten. Ich hoffe, er ist da, wo er auch sein sollte. Wir können ja auch einfach mal ausnahmsweise mal wieder rumgucken kurz. Was ich nebenbei noch erwähnen wollte, das Geld, das geplant war, ist zusammen, weil unser lieber Christian da noch mehr raufgehauen hat. Der Kerl hat im Grunde 90% gespendet von dem, was gebraucht war. Könnt ihr euch? Ping-Test oder so steht. Achso. Da ist er. Da ist er. Wenn du wüsstest, dass ich eine Aufnahme habe. Warte mal. Da müssen wir ganz kurz mal eingreifen. Komm, zurück. 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 Zu. Hallo. So. Meine Güte. Guten Tag. Oh. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nein, nein, nein. Gott. Lass mich doch mal raus hier. Passt. Ähm. Ja. Fütterfung, ja? Komm, füttern wir ihn mal. Mitten in die Fresse. In die Fresse. Ja gut. Ähm. Au. Was ist denn? Mal ganz kurz nachgucken, was ist denn hier passiert? Ach, der Warhu hat ein kleines Fäußchen gebaut. Oh, da ist ein Huhn drin. Das ist nicht mehr da drin. Hä? Und hier? Ich bin mitbekommen. Jetzt ist irgendwie alles explodiert. Ich weiß nicht, warum. Äh. Ah, Mann. Scheiße. Ich bin voll aus dem Konzept. Ja. Das Geld also ist zusammen. Und das Tablet habe ich auch schon bestellt. Wenn ihr das seht, gestern Morgen. Und es dürfte Freitag oder Samstag ankommen. Ähm. Ich kann natürlich jetzt nicht hoch und heilig versprechen, dass ich jetzt sofort mit dem sofort eine Aufnahme raushauen kann. Ich muss mir natürlich erstmal ein bisschen reinfuchsen. Der Cloud hat mir noch empfohlen, dass ich das dann über die Elgato eventuell mache. Ich versuch's aber eventuell erstmal einfach nur intern. Ich muss echt, ich muss mich da richtig reinfuchsen, dass das dann gut funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob die Qualität dann direkt viel besser ist. Oder ich irgendwie halt noch hier und da kleine Fixwächerchen machen muss. Geschweige denn, dass ich das Ding zum Laufen bringen muss. Wollen wir kurz gucken, was ist hier alles so rum. Dimpeln. Oh, die ganzen Häschen. Oh, hier fehlt wieder alles. Ähm. Deswegen kann es sein, dass am Wochenende, Anfang nächster Woche oder so, ich weiß nicht, wie regelmäßig ich da was rausbringen kann. Wäre es natürlich versuchen. Wobei, also wenn es halt natürlich ein bisschen fuchseliger ist und alles und ich vielleicht auch mehr machen kann, mehr erstellen kann. Äh. Ich hoffe, dass wenn ich schlippelt, dann eventuell alle zwei Tage vielleicht ein Video rausbringe. Dafür aber die Qualität um einiges besser ist. Hoffe ich. Ähm. Also die Qualität wird sowieso besser sein. Allein stimmlich. Wäre zwar nur, ach du bist ja noch klein. Das interne Mikro benutzen wahrscheinlich. Ähm. Was aber immer noch besser sein soll als mein verdammtes Headset. Ich muss mal schauen, dass der Raum hier nicht so sehr heilt. Wo ich drinnen sitze. Ähm. Und ja, also. Ich könnte echt gespannt sein. Es sollte definitiv flüssiger laufen. Gehe ich eigentlich recht fest davon aus. Werden wir sehen. Ich freue mich drauf. Eventuell kann ich dann nochmal andere Spiele darauf ein bisschen dubbeln. Vielleicht auch Let's Playen. Je nachdem. Nach lust und Laune. Weil das Ding hat einfach mehr Leistung. Und das mit dem Handy hier. Es ist einfach nicht so flexibel, sage ich mal. Es ist natürlich auch viel mit. Oh, da baue ich jetzt Erde ab. Viel mit äh. Mit privaten Kram zugebombter Ding. Also der Speicher ist immer auf Oberkante und Unterlippe. Ich habe so eine Speicherkarte drinnen. Wo ich meistens die Apps auch rüberschiebe, wenn ich Speicher brauche. Nur jedes Mal wird sich natürlich Android irgendwie dann App updated. Schiebt es automatisch meine App in den internen Speicher zurück. So dass der immer wieder sofort voll ist. Und ja, das ist halt ein bisschen kacke. Und der Kinemaster, mit dem kann man halt auch nur intern speichern. Mit dem Bearbeitungsprogramm, womit ich eigentlich noch viel mehr machen könnte. Ist ein bisschen problematisch. Ich glaube auf dem Shield, bei dem einen gab es nicht, bei anderen schon. Ich werde es mal versuchen vielleicht. Mal gucken. Deswegen ist es halt auf dem Handy immer noch so. Ich mache meine Aufnahme und lege dann im PowerDirector die Musik drunter. Mittlerweile auch zum Glück immer noch alles synchron. Solange ich auch nicht vergesse, ist mein Boot noch da? Oder mein Boot ist noch da? Solange ich nicht vergesse, ähm. Ach, wir wollten ja angehen. Stimmt ja, da hätte ich euch ja die ganze Zeit angehen können. Solange ich nicht vergesse, den Ton richtig anzupegeln. Weil ich muss immer den Ton von der Musik auf 1% machen. Und ja. Wenn das ein bisschen höher ist, dann ist die Musik zu laut. Ich habe es beim letzten Video mit 2% versucht. Und es kam mir dann doch schon wieder fast zu laut. Wenn ich es total vergesse, dann ist es auf 50-50. Und dann könnt ihr mich sowieso nicht verstehen. So wie das PvP-Video vom Wochenende, was irgendwie dann total in die Grütze gegangen ist. Da hätte ich nichts gegen ihn machen. Jetzt wird es mir gerade dunkel bei der Ferse ausgegangen. Super. Ähm. Ich hätte doch nur gerne 2 Fischlidys und das... Oh, da ist einer. Ist das dein Ernst? Ist das... Ich will einen Fisch haben, was kriege ich? Einen Bogen mit Halbarkeit 3 und Stärke 1. Jawohl. Was ist denn das für den Fluss? Fluss des Segens. Oder was? Fluss der Vertauberung. Hat jemand hier seinen Bogen verloren? Ich weiß es nicht. Aber auch schön allein, dass der Bogen mit Luftblasen da zur Angel geschwommen ist. Sehr, sehr geil. So. Habe ich den Ton ganz laut? Ja, habe ich. Hallo, Fischli? Also eben ging es ja um einige schneller. Ich weiß. Wenn ich jetzt hier rumangele, ist das nicht die schönste Aufgabe für euch? Aber ich weiß nicht, wann ich das sonst machen soll. Sonst muss mir jemand auf dem Server 1, 2 Fische geben. Wenn überhaupt irgendwer auf die Idee kommt, hier zu angeln. Manno, so, gehören wir zum nächsten weiter. Ja, das ist vielleicht eine entspanntere Folge. So, ich hocke mich dazu noch hin. Na, kommt da wat? Da müsste doch mal was kommen. Sonst, wenn es nachher wieder dunkel wird, kann ich mich nicht hier hin hocken. Da kommen wieder alle möglichen Gewächs an. War ich auch was falsch? Oder bin ich nur zu ungeduldig wieder? Ich muss noch ein bisschen schneller gehen hier. Hoppott, Fischli? Okay, das ist jetzt nur ein Fluss, aber hier muss doch trotzdem irgendwas rumschwimmen. Hallo? 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 Okay, ein Fisch. Würde mir auch reichen, dann würde ich die Angela mit reinpacken. Hallo? Da, 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 da. Komm, was da? Hallo? Was ist denn jetzt? Habe ich Sushi gefangen, oder wat? Oh, oh, jetzt wird's peinlich. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das Ding... Ich hab die Frames nie benutzt. Diese Rahmen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das da reinkriege. Obwohl, kann ich das nicht auch? Ja, so geht's auch. Und, was haben wir denn? Ne? Habe ich einen Apfel gefangen, oder wat? Hä? Ich hab da jemals gefangen, oder nicht? Oder war das verrottet? Äh. Schöne Scheiße. Äh. Ach man, was ist denn das? Gut, komm, dann fang ich da vor, das Fleisch rein. So perfekt. Wie auch, wie ein gebratener Fisch. So. Jetzt müssen wir den Texturen weg. Hm. Mann. Moment. Moment. Warum heilt das hier eigentlich so? Raum. Ähm. Ich weiß nicht, soll ich das flach lassen? So wie es ist? Ich hab keinen Bock, da schon wieder ein Dach drauf zu backen. Aber eigentlich schon, ne? Ja, eigentlich schon. Eigentlich gehört da das gleiche Dach wie rechts drauf, damit es wenigstens irgendwas einheitliches ist. Habe ich nicht so eine verzauberte Spitzhaxe? Nein, hab ich nicht. Äh. Also müssen wir Steine fahren. Ich hab euch vorgewarnt, wir müssen hier und da mal wieder was fahren. Und nehmen wir noch was essen. Irgendwann werde ich hier noch sterben, weil ich hier so übelst runterfliege. Komm schon ein bisschen Licht rein. So. Und dann müssen wir mal ein bisschen Steinen. Aber auch echt schön, dass ich erstmal einen schön verzauberten, geilen Bogen bekommen habe, ne? Da müssen wir eigentlich jetzt nur noch sehr viel Feuerstellen sammeln. Die Federn haben wir ja zuhauf bei Cloud. Hm. Da hätten wir ein paar Pfeile und jetzt ist das gerade tierisch geleckt. Alles klar. So, mal gucken, welche Steine wir brauchen. Ich heule jetzt einfach mal hier kurz. Ich hacke mal alles hier ab, was hier so rumliegt. Ähm. Und dann, aha, für die, die bisher jetzt geschaut haben. Das war ja auch die, äh, ich glaube mal die Bedingung von Cloud. Also, was ich nicht vergessen darf, vielen, 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 vielen Dank an Cloud für die Aktion mit der Spende. Also, das Video zu machen und die Aktion zu starten. Also, das kann ich auch nicht genug danken. Ähm. Leop. Die Bedingung war ja, dass ich, boah, ich bin auch so eine Mongo, ne? Guck ich da ran? Ja, komm. Sehr schön. Ähm. Dass ich einen Livestream mache. Livestream. Ähm. Und das. Auch machen wir mal alles durch. Und das. Äh. Zwei Stunden lang. Zwei, drei Stunden. Je nachdem. Ähm. Und mich alle zehn Minuten Danke sage. Bei den Leuten, die gespendet haben, das ist natürlich jetzt nicht so die Menge. Ähm. Das sind drei. Äh, zwei. Aber naja. Trotzdem, also das werde ich auf jeden Fall machen. Ich weiß noch nicht wann. Na ja, also ich werde es auf jeden Fall nicht vergessen. Ich werde es machen. Ähm. Würde nur wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es diesen Sonntag oder vielleicht nächsten Sonntag, ob ich das kann. Ich würde es auf jeden Fall gerne an einem Sonntag machen. Weil man da ein bisschen davon ausgehen kann, dass doch die meisten vielleicht Zeit haben, es zu gucken. Innerhalb der Woche abends ist eigentlich, finde ich relativ... Blödsinnig. Dann haben wir hier doch mal ein anderes Dach. Hier schon mal ein bisschen flacher, so das passt. Einmal hier hin. Ja, dann haben wir da jetzt einen Wohlraum, aber... Es soll ja nur das sein, von nachher es aussieht. Eine Hütte. So, dann machen wir das nochmal auf Anseizung kurz nochmal vollständig umsatz. Brötest du mich hier an? Yay. Alter, leck noch mehr. Arschkeks. Für Schlag 2 jetzt, äh, Schlag 1 hält es trotzdem viel aus. Na ja, ist ja auch relativ schwer hier auf dem Server. So, dann haben wir doch unsere kleine Fischerhütte. Vielleicht soll ich irgendwann auch mal Schild dran machen. Was willst du hier? Kommst du mal hier? Kommst du, Papa? Komm mal raus da. Also es schubst dich wieder weg, dann kommst du wieder hergeschwommen und dann haben wir da hier... Noch ein bisschen länger, dass wir klingen, als es sein müsste. Dankeschön. Äh? Da kommt doch schon wieder wer an. Hallo? Ich höre doch irgendwas klatschen. Naja. Vielleicht solltest du hier auch nochmal überstehen lassen. Schauen wir mal ganz kurz. Architektonische, ähm... Wie soll ich das nennen? Vorschläge werden gerne gesehen. Da kommt schon wieder so ein... Ja, nicht das. Uh, das stoff ich nicht runter. Ja, genau. Mann. Mann, Arschkrampe, ey. Wir kriegen das jetzt ab. Äh, ich muss es doch nur nochmal richtig haben. Ich muss doch ein bisschen überstehen lassen, vielleicht. Oh. Ehe, 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 ehe. Äh, okay, machen wir es von hier unten. Passt, also nicht gedreht. So, und dann machen wir es gleich nochmal von hier machen. Das passt. Du hast dich hoffentlich nicht gedreht. Ist hier irgendjemand gedreht? Nein. Chill. Und dann machen wir es nochmal so. 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 Und so. Wir kamen genau damit hin. Ja, komm, kann man so annehmen, finde ich. Näh. 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 Kann man das so nehmen, ja, ne? Was ist denn hier los? Hier irgendwie so ein Neff. Ach, du bist das. Hallo. Hallo. So. Ich bin die ganze Zeit am Sterben gewesen, alles klar. Ähm, ja. Kann ich noch Schilder eigentlich? Kann ich noch Schilder machen? Obwohl, nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Die Tastatur ist jetzt ein bisschen doof. So, hier ist die Werft. Was könnte man hier? Nee, hier kommt dann der Weg hin. Den Weg von da hinten. Genau, werden wir hier durchziehen. Und das dann hier so anschließend. Und dann kann man hier vielleicht nochmal irgendwas Deko-technisches hinmachen. Und... Das ist jetzt gern zu gegangen. Und dann muss ich hier natürlich auch nochmal irgendwie weitermachen. Dazu muss ich mir dann da ein paar Gebäude einfallen lassen. Meine Schaufel ist da. Die ist fast kaputt. Ja, ich bin der Wegemeister gerade. Schritt für Schritt. Ich sehe da doch schon wieder einen scheiß Creeper, ey. Das Skelett hat sich irgendwie verzogen, oder ist der Creeper? Nein. Alter, ich bin so weit weg, ne? Hallo. Nein, nein, nein. Nee, das locken wir jetzt nicht zu. Das mache ich vielleicht danach zu, wenn ich mal die Erde habe. So, mein Plan war ja kurz noch einmal den Weg zu fliegen. Äh, zu fliegen. Hallo. Ja, genau. Wo kommst du denn hier schon wieder her? Komm. Bogenkampf. Alter, als ob das den Rückschuss hätte. Komm her. Ja, wir. So. Pass her down. Boah, kann ich jetzt mal hier in Ruhe weiterarbeiten? Mann, 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 Mann. So. So, dann ziehen wir hier die Linie lang. Fertig wieder sehr viel. Moment, die Fackelpagie ist nochmal lieber hin. Da kommt wieder ein Zombie. Graben wir uns mal von ihm weg. Oh, das wird aber eng nach vorne. Oh, das passt aber gerade so hier, ne? Och, Mensch. Was ist denn mit euch kaputt? Oh, das Schwert. Scheiße. Ach so, ich habe natürlich noch welche. Ähm, zack, zack. Ja, doch, ich habe noch ein Schwert. So, und dann hier nochmal durch. Okay, es fängt gerade doch ein bisschen mehr an zu lecken. Das tut mir leid. Ich liege dann halt auch ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das Server liegt unterm Handy. Aber das wird sich ja eventuell etwas ändern. Sehr wahrscheinlich. Huch! Ich glaube, die erste Folge mit dem Ding werde ich dem Christian auf jeden Fall widmen. Ich glaube, ich werde mal das Kanal ihm widmen, ey. Und kommt jetzt nicht auf die Idee, bei ihm nachzutragen. Ob er es auch für euch macht. Das war schon krank genug. So. Und noch für jetzt die Linie hier ziehen. Dann habe ich da eigentlich so ein übelstes Block gemacht, ey. So. Haben wir das doch schon mal erledigt. Da werde ich das für natürlich nicht vorgerät nochmal Stein sammeln müssen. So. Und dann wollen wir doch mal... Trotz allem das Creeperloch ausfüllen. Tut mir leid, aber das gehört dazu. Das muss der liebe Cloud ja auch ständig machen. Da ihm der gleiche Scheiß passiert. Und der Quitschibu sowieso. Mann, verbaut dich doch nicht immer, Idiot. Na komm. Mann, komm. Hopp, hopp, hopp. Das gehört dazu. Nein, Mann. Na gut. Zack. Es wird wieder hell. Es ist etwas Gutes. Was sagt die Zeit? Und die Zeit zeigt Pausezeit. Wenn wir dir in der nächsten Folge, denke ich mal die Straße hier machen. Mal gucken. Und dann wird das hier schon so langsam werden. Also ich finde, es hat schon was hier ein bisschen. Vielleicht ein bisschen eintönig mit dem gleichen Holz. Vielleicht auf der anderen Seite müssen wir was anderes machen. Wobei es hat natürlich dann wieder was Gleiches an sich, was gut ist. Naja. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.